Da hinten ist wieder Wasser, aber das ist ein Fluss, glaube ich. Den Fluss können wir wahrscheinlich gleich wieder erreichen. Ich will aber erstmal echt die große Fläche entlanglaufen. Agro-Saurus. Agro-Saurus muss ich ein bisschen... Ja, nix da tut. Ich will keine blöde Einrastfunktion aktivieren. Nein! Das war mir zu nah. Ich drehe mich noch nicht mal um. Das war schon ein bisschen weiter weg. Ich flüchte wieder zum Strand. Am Strand so bilde ich mir einen, da ist man sicher. Ich meine mich zu ändern, dass ein Multiplayer genau hier irgendwo... Genau hier irgendwo ein Camp war. Größeres Camp von Spielern. Also ich glaube, man wird auch immer irgendwie so ein bisschen nahe desselben Areals gespawnt. Wobei ich schon im Chat lesen konnte, dass einige Leute echt meilenweit entfernt gespawnt wurden. Man kann also auch mal eine Weile laufen. Und wenn man dann halt noch nicht so echt, noch nicht so komplett genau die ganzen Ecken hier kennt und nicht jeden verdammten Stein oder jede Biegung hier im Auge hat, dann kann man echt schon dauernd, dass man irgendwo ist. Hier habe ich auch mal versucht, ein Lager aufzuschlagen. Das ist gescheitert, viele Aggrosaurier. Dann ist auch nicht viel los. Jetzt mache ich mich einfach mal als Flussmensch. Ich glaube, manchmal, manchmal nicht. So viel zum Fluss. Ach, da ist er wieder. Okay. Man merkt, dass ich noch nicht mal so weit weg war von meinem Camp. Es hatte noch nicht mal gereicht, um hier was zu erkunden. Hier ist alles Sumpf. Ihr seht den da oben. Das sind zwei. Wie cool er seine Axt trägt. Alter, jetzt kommt doch von allen Seiten. Sonst nichts zu tun. Irgendwie sind sie jetzt alle gerade ein bisschen buggy. Ich einen Schock gekriegt. Ja, anscheinend gehen die Kleinen auch vor den großen Flüchten. Ja. Aber kommt immer wieder zurück. Schlau. Die Dinger kann man auch reiten und zähmen. Naja, zähmen nicht, aber kurzzeitig halt als Reittier verwenden. Irgendwas hat er gerade gejagt, oder? Hoffentlich nicht uns. Was? Ich sneak mich mal durchs Wasser. Auch nicht besonders tief, ne? Also bin ich auch nicht besonders in Sicherheit. Sneak mich dann, glaube ich, wieder mal ans Ufer. Und sneak mich an den Riesen einfach mal vorbei. Ja, komm, 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 Schatten. Ja, wie man die Down kriegt und hunted mit Speeren. Ähm, die laufen immer im Kreis, wenn wir uns auch im Kreis laufen, die dabei immer mit Speeren behaken. Dann klappt das Ganze. Was ist denn hier? Hier geht's nicht mehr weiter, ne? Ah, da hinten ist wieder Mr. Keulen, Schwinger. Ich sehe ihn ganz schwach. Aber war nicht hin. Ich weiß gar nicht, wie viele Dinosauriermodelle es bis jetzt schon gibt und wie viele schon implementiert sind. Ich glaube, wir haben jetzt so ziemlich alle erblickt. Er hat's geschafft. Okay, einer geht weiter. Wenn ich nicht wüsste, dass er sich losbacken würde, sobald ich auf ihn schieße. Also, so, ne? So, wie er sich umdreht und dann mich angreift, dann wäre ich ja schon dafür, dass ich den jetzt hunte. Sobald ich den einmal anschießen würde, dann wäre er wieder... frei und würde sich umdrehen und mich angreifen. Das finde ich nicht. Hallo, hallo. So, ihr seht jetzt eine, ich wollte gerade sagen, ihr seht jetzt eine Taktik, ihn zu besiegen. Äh, nein. Wir können übrigens live stayen und auf jemanden warten, der uns wiederbelebt. Dann vernehmen wir nicht alle Sachen. Und das ist besonders nötig, wenn wir im Clan unterwegs sind. Also, im Tribe, im Stamm. Aber das hilft uns hier eigentlich im Dreck, weil... Singleplayer. Expertise 22. Ich bin tot. Mein Tippie. Ich kann kurz mal, äh... Average Expertise. Okay, die erhöht sich also nicht, wenn wir irgendwie, irgendwie Expertise dazu kriegen oder so ein Zeug. Hätte ich gedacht, hätte er sein können. So. Genug des Davons. Ich würde euch jetzt nämlich gerne mal in den Multiplayer entführen. Moment. Draußen ist gerade noch jemand. Immer noch. Ah, wir gehen einfach mal trotzdem. Wir suchen einfach mal einen mit Vielspielern. Ein englischer Server. Hallo Bretons. I'm here to visit you. You and your survival game. And what? Scheiße. Lass mich hier kuren. Verzieh nicht. Lass mich. Nichts da. Weg. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Erdensperr, 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 Erdensperr. Nein, er hat kein Speer. Oh, dein Messer. Ne, ist ne Axt, ne? Hahahaha. Lol. Ja. Läuft bei mir. Wir sehen's. Anscheinend geht hier einer rum und jagt. Ich bin tot. Ich bin tot. Und ich hab ja noch kein Tipi. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Vielen Dank.